Hallo und Hallo zusammen, ich bin Urs Schindl, ich bin der Wiesenwirt von Basel, die Basler Wiese, die wieder im Oktober bis November stattfindet. Schön, dass ihr bei uns im Restaurant Schlosshof seid. Gehen euch das wunderbare Ausflugsziel hier. Kommen wir doch mit auf die Terrassen. Da senden wir jetzt eine wunderbare Aussicht mit Blick über die Stadt Basel, im Leimental bis zur Reise Hesse von Gesen. Selbstverständlich haben wir noch eine schöne Aussicht und ein ganz feines Essen. Im Sommer grillieren wir daraus und im Winter haben wir Wildspezialitäten von der Jagd und der Umgebung. Aber kommen wir jetzt mit rein, ich zeige euch was entscheidend ist bei uns in der Stube für ein Oktoberfest. So wiese ich bei uns in der Basel Wiese. Und damit ihr genug Kraft tanken könnt, laden wir euch gerne ein und verlassen einen Gutschein im Werk von 250 Franken bei uns im Restaurant Schlosshof in Dornach. Prost miteinander! So, damit ihr diesen Gutschein von 250 Franken bei uns im Restaurant Schlosshof gewinnen könnt, müsst ihr mir sagen, warum ihr der grösste Basler Wiese Fan seid. Wir freuen uns auf euren Eintrag und wir wählen uns, wer die Beste war. Wir freuen uns auf den Tisch! Ich spiele höchstens nur in Graz, Sinabel, Kirchen und Stinaz, Ich brauche keinen Gürtel, ich brauche keinen Ring, Ich will zurück hinter den Semmerring. Ich brauche nur das bisschen Höchstens nur in Graz.